hallo zusammen es ist freitag abend und ich versuche heute mal was neues sonst laber ich ja nur am anfang ein wenig und am ende und heute laber ich mal durch dann müsste jetzt auch durch dass wir das nicht zu laut machen hier also ein bisschen was soll natürlich schon ruhig rumkommen vom spiel selber aber manchmal plärrt die musik einfach so laut dass ich es heute mal anders versuche wie immer in den letzten monaten kann man schon fast sagen auch heute wieder 45 neue level ihr müsst das ruckeln entschuldigen das ist ein älteres smartphone smartphone und das ist halt nicht mehr das schnellste ok ich kann es ja abkürzen machen wir das auch mal brav gefühlt fehlt da noch einiges geht er das noch na geht doch so die torte backe ich jetzt mal nicht mit das mache ich irgendwann hinterher das ist glaube ich für euch nicht allzu spannend oder also wenn doch schreibt mir es einfach in die kommentare dann mache ich da auch mal ein video von so haben wir gerade schon gesehen beim team gibt es noch ein bisschen nachholbedarf schwesterchen ist vorgeprescht schönen gruß in die heimat da muss ich ein bisschen was machen aber das habe ich auch vor genau das steht auch noch aus ich mach mal musik an ist ja heute nicht so dominant na dann geht's los so 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 Ist ja unübersehbar, wisst ihr ja auch längst, dass ich immer darauf aus bin, möglichst immer eine Farbbomme und eine Farbkugel nebeneinander liegen zu haben, damit es eben so läuft wie jetzt, dass die meisten Level ziemlich schnell abgehakt sind. Mit möglichst ganz wenig Einsatz von Lutscherhammern, aber ein paar habe ich ja noch. Also gut, sind wir einfach nur noch die Farbkugel. Das müsste auch klappen. Also bei dieser Art Level ist es eigentlich immer schon die halbe Miete. Brauche ich euch ja nicht erzählen vermutlich, aber Farbbombe, Farbkugel nebeneinander am Start, dann ist das eigentlich immer eine schnelle Sache. So. Okay, da war ich ein bisschen deppig. Okay. 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 Ja, das sieht auch gut aus. Okay. 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 beim nächsten gibt es gold okay die position war seit gestern oder vorgestern schon offen deswegen habe ich dann runter gebaut gerade bei dem eis kommt darauf an dass bombe und kugeln sind und ein glück sehr gut dann ist das eis schon mal so gut wie weg solche level machen spaß sehr gut und und So low, gracious. So low, crush. So low, gracious. Ja, auch hier wäre es gut, wenn die zusammenliegen. Dankeschön, wunderbar. Also wenn das so billig klappt, sehr, sehr gerne. Okay. Ja. Ja, nicht mal doch gerne mit. Okay. Ja, nicht mal doch gerne mit. Ja, nicht mal doch gerne. Na, es wird. Also bis jetzt ist mir das Glück ja tatsächlich hold. Okay. 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 Hey. Okay. 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 Ja, sehr gut. Ach, jetzt gibt es die 5 Goldstücke, ne? Also im Moment habe ich ja noch genug Gold, damals mit den Kaugummi-Hügeln hauptsächlich angehäuft, aber irgendwann, wenn ich keine Booster mehr habe, dann wird mir das Gold auch noch ein Stückchen weiterhelfen. Ja, ich glaube, ich mache mal den Weg um Opfer nicht ein Lutschehammer und ein Verschieber. Sieht auch nicht so doof aus. Das räumt hier auch ganz gut weg. Das ist so delicious. 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 Also das wird eng. Das ist so delicious. 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 Ja, 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 ja. Lass ich es drauf ankommen. Ah, ich setz mal auf Werbung. Ich hab keinen Bock, hier so viele Lutsche-Hammer wegzublasen. Mal gucken, ob Werbung kommt. Ah, sehr gut. Nö, ist es nicht. Sehr wichtig. Egal ob online, telefonisch oder in meiner Bank. Mhm. Ist gut. Ja, 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 ja. Ja, die Ladezeiten sind etwas länger. Aber ich hoffe, das Handy hält noch eine Weile durch. Zumindest bis die Booster weg sind. Ui, Schweini macht das auch super. Okay, das sieht schon wieder wesentlich besser aus. Oh, sehr gut. Gut. Hm, 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 hm. Ah, ist er schon. Wunderbar. Habe ich das schon mal erfüllt? Dann könnte ja gleich wieder die Spalte voll sein. Das hätte doch was. Ah. Hm. Wunderbar. Ah, das ist ja auch schon mal. Ah, das ist ja auch schon mal. Oh, das ist ja auch schon mal. sehr gut also wenn das so weitergeht dann halten die booster doch noch eine weile aber wir schauen mal ja super schwein ist auch schon halbfertig es müsste auch gleich gepackt haben wenn es immer so wäre so 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 Tasty. Tasty. Ah, soweit so gut. Ja, soweit so gut. Ja, soweit so gut. Ja, soweit so gut. Boah, sehr schön. Also so schnell hat man selten eine Spalte oder Zeile voll. Und wieder ein Boosterchen. Sehr gut. Oh, der ist gleich auf, der eine. Es wird ja fast noch eng da mit dem Rennen. Okay, der Start ist okay. Aber wenn das über mehrere Bildschirme geht, könnte das ja eng werden. Huh, 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 huh. Oh, der ist so gut. ich will den fisch neben der bombe haben man dann halt so sehr schön auch gut auch nicht schlecht trotzdem muss jetzt noch einiges klappen das wird eng ja ich meine ich habe auch acht von diesen teilen links dieser heftigen hemmer könnte ich auch mal nehmen ich werde mal einen opfern ich werde mal einiges ich werde mal einiges ich werde mal einiges Tja, braucht kein Mensch, aber gut. Mal gucken, ob der jetzt auch wieder so fleißig ist. Sehr schön. Aber jetzt. Sehr schön. 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 Manchmal ist so ein zwischenzeitlicher Lutschehammer ganz gut investiert. Wir gucken mal. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Na wunderbar. Ja. Also die ersten zehn Level gingen schon mal schnell. Ja. Ja. Jetzt mal Däumchen drücken, dass das gut geht. Sehr gut. Schwein gehabt. Däumchen drücken. Ja. Aber tun das ist sofrontig. Aber wahrne pot. Das ist so scarce. Ich beginne mit einem Tag. Jetzt. Juicy. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, was haben wir da? Rot und da oben grün? Hm, ah, haben wir so. So, die 5 Sterne müssten ja schon voll sein. Oh Mann, du Töffel, wir gehen doch hier die Spalte hoch. Hä? Manchmal sind die ein bisschen doof. Und das ist auch ein bisschen doof, weil die jetzt ganz schön auseinander liegen und ich habe eigentlich keinen Bock, so viel zu opfern von meinen Verschiebern. Ja, also wenn es nicht klappt, mache ich einfach hinterher wieder meinen siebtletzten, ja wie nennen wir den Megaboom. Megaboom. Das war auch nicht so schön, wenn ich davon gleich so viele verbrate. Aber die sind ja sowieso nur Bonus. Okay. Ein paar von denen und es klappt. Okay. Ah, Mano. Doch nicht so. Ich meine, okay sind noch 15 Züge. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich würde gerne den Grittenstreifen unten zünden. Ah, sehr schön. Okay, also das geht dann jetzt wohl auch ohne. Ja. Den Megaboom. Mal gucken, was die jetzt noch so erwischen. Naja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist okay. Kann ich mir leben. Besser als wenn ich am Anfang zwei Verschieber genommen hätte. Ich würde gerne nebenbei normale Musik laufen lassen, aber da hat ja YouTube immer was dagegen wegen Lizenzen und so weiter. Deswegen geht das leider nicht. Da kommen zwischendurch ein paar stille Momente. Ja. 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 Das ist auch wieder so ein blödes Ding. Äh, Mano. Soll ich so opfern? Scheat. Ne, mache ich nicht. Mir sind die Verschieber zu wertvoll. Ja. Die brauche ich irgendwann noch. Ja. 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 Ja, Ichidersch! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wie ist das? Das Lakritzding muss noch weg. So, dann. Oh Mann. Sollte eigentlich nicht so teuer werden. Sollte eigentlich nicht so teuer werden. Aber bis jetzt war es ja ziemlich billig von Boostern her. Von daher. Sollte eigentlich nicht so teuer werden. Oh Mann. Oh Herr. Vielen Dank. Oh. Okay. Ja, mal wieder was leichtes, das wäre ganz gut. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Okay. 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 Und 7900. Der will hinter mir. Schon krass. Und auch so ein Beklopter. Okay. Okay. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht doch gut aus, das sieht sehr gut aus, das sieht auch super aus, das sieht überhaupt am besten aus. Ja, das war doch okay. Okay. Die neue. Ich finde das heftig, es könnten ruhig mal wieder ein paar weniger sein pro Woche. Aber die ziehen das scheinbar jetzt eiskalt durch, jede Woche Freitag 45 neuen Level. Okay. 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 Wow. Wow. Die waren schon wieder so fleißig. Nicht schlecht. Gut. An der Stelle ist dieses Video zu Ende. Noch einen Blick ins Team. Das sieht doch schon besser aus. Aber Schwesterchen, Hut ab. Sieht ja auch gut durch. Gut. Also. Da geht es dann gleich weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.